Guten Tag, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem kleinen Einführungsvideo, das Ihnen das Astro Vitalis bzw. Astro Polarity Fernstudium ein kleines bisschen näher bringen möchte. Mein Name ist Peter Johannes Hänsel. Ich bin seit über drei Jahrzehnten Astrologe, ansässig in Berlin und ich habe dieses Astro Vitalis bzw. Astro Polarity Fernstudium in sehr langer Zeit entwickelt und bis zum heutigen Zeitpunkt auch immer weiter ausgearbeitet und vorangetrieben, sodass Sie davon ausgehen können, dass wenn Sie sich für dieses Fernstudium entscheiden wollen, dass Sie eine ganz hochmoderne Ausbildung mit den neuesten astrologischen, psychologischen und auch medizinischen Erkenntnissen innerhalb der Astrologie erwerben. Das Astro Polarity Fernstudium, da werde ich nachher noch einiges genaueres zu sagen, unterscheidet sich nicht nur natürlich in dem extrem günstigen Preis von vielen anderen ähnlichen Fernstudiengängen, sondern es ist vor allen Dingen inhaltlich und methodisch in sehr unterschiedlicher und bezeichnender Weise anders aufgebaut. Der Nutzen dieses Fernstudiums an sich ist sehr, sehr groß. Einerseits ist es natürlich wie bei jedem Fernstudium so, dass Sie die Lerngeschwindigkeit ganz Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen können. Je nachdem, wie viel Sie Zeit haben, lernen Sie. Wenn Sie schnell lernen, lernen Sie natürlich in einer entsprechenden Zeit mehr, als wenn Sie lieber langsamer lernen. Egal wie auch immer die Modalitäten sind, Sie bestimmen selber das Tempo und unterliegen nicht, wie das früher teilweise ja der Fall war, als es noch andere gesetzliche Regelungen für Fernstudien gab, bestimmten Zwängen, sodass Sie beispielsweise monatlich eine bestimmte Menge von Material geordert haben und dann monatlich auch entsprechende Unterlagen zurückschicken mussten. Sowas gibt es heutzutage nicht mehr. Sie können dieses Fernstudium komplett erwerben und dann von Anfang an bestimmen, wie viel Sie lernen und wann Sie letzten Endes damit abschließen möchten. Zum Thema des Abschlusses ist auch sehr wichtig zu erwähnen, dass Sie einen zertifizierten Abschluss machen können. Dieses Fernstudium wird von mir auch, wenn Sie das zusätzlich buchen möchten, mit E-Mail-Korrespondenz begleitet. Das heißt, Sie können in dieser E-Mail-Korrespondenz, wenn Sie so etwas zusätzlich buchen möchten, für ein geringes Entgelt Fragen stellen und erhalten innerhalb von 24 Stunden eine entsprechend kompetente Antwort zurück, sodass Sie also nicht unbedingt völlig allein und isoliert Ihr Fernstudium betreiben müssen. Dieses Fernstudium ist unter anderem auch bei der Zentralstelle für Fernunterricht in Köln registriert und zugelassen. Und der Abschluss, den Sie dann letzten Endes im Sinne einer Prüfung machen können, nicht müssen, aber können, Der ist dann zertifiziert und berechtigt Sie, sich dann entsprechend geprüfte Astro-Polarity-Beraterin oder geprüfte Astro-Polarity-Berater zu nennen. Der Nutzen dieses Fernstudiums ist, wie gesagt, breit gefächert. Stellen Sie sich vor, Sie interessieren sich schlicht und einfach nur, in Anführungsstrichen, nur für Astrologie. Dann ist der Nutzen natürlich in Ihrem privaten Umfeld sehr groß, einerseits für Sie selbst, weil Sie innerhalb dieses Fernstudiums sehr, sehr, sehr viel und vor allen Dingen auch ganz tiefgehendes über sich selbst erfahren werden. Sie werden feststellen, dass sich die Welt oder die Sicht auf die Welt und auch die Sicht auf sich selber sehr, sehr stark verändern werden. Ein solches Astro-Polarity- bzw. Astro-Vitales-Fernstudium verändert denjenigen, der lernt in einer ganz, ganz existenziellen Weise, natürlich im positiven Sinne. Und insofern kommt es nicht nur zu einem enormen Wissensaufbau, was eben Faktenwissen innerhalb der Astrologie, der Psychologie, der systemischen Psychologie, der tiefen Psychologie oder auch der Medizin angeht, sondern Sie haben einfach einen enormen Nutzen durch den hohen Selbsterkenntniswert, den Sie, wenn Sie Ihr eigenes Geburtsbild dann später fachlich betrachten können, haben. Natürlich ist es so, es gibt sehr viele, die dieses Fernstudium bestellen und dann als Fernschüler sich registrieren lassen, die dann also auch später beruflich astrologisch arbeiten wollen. Entweder, dass Sie Ihre astrologischen, psychologischen, medizinischen Kenntnisse in Ihren Beruf mit einarbeiten, beziehungsweise diese Kenntnisse mit zurate ziehen, zum Beispiel, weil Sie im therapeutischen Bereich tätig sind oder im sozialen Bereich, im psychologischen oder medizinischen Bereich. Oder, dass sich einige natürlich damit auch versuchen, dann selbstständig zu machen als Astrologin oder als Astrologe. Also wie auch immer Sie das letzten Endes nutzen werden, der Nutzen ist sehr, sehr groß. Das wissen wir aus ganz, ganz vielen Feedbacks über viele, viele, viele Jahre. Und insofern können Sie sicher davon ausgehen, dass Sie eine ganz richtige Entscheidung treffen, wenn Sie sich auch für das AstroVitalis bzw. AstroPolarity Fernstudium entscheiden. Dieses Fernstudium hat sehr, sehr viele Besonderheiten. Ich bin darauf vorhin kurz schon mal allgemein eingegangen. Eine der großen Besonderheiten dieser Methode, und das ist dann speziell die AstroPolarity-Methode, ist zum Beispiel erstens das Prinzip der Einfachheit. Das bedeutet aber keinesfalls, dass Sie eine einfache Art der Astrologie lernen, sondern es geht darum, dass komplexe Lebenszusammenhänge hier in einer überschaubaren, verständlichen Weise reduziert werden auf das, was wirklich wichtig ist. Sie können Astrologie im Grunde genommen ihr Leben lang lernen, aber das macht natürlich keinen Sinn, also keinen Sinn in dem Sinne, dass Sie ein Fernstudium ordern, was Sie ihr Leben lang sozusagen nicht abschließen können. Insofern sind diese komplexen Inhalte, aus denen das Leben selber sich natürlich zusammensetzt, auf sehr einfache Art und Weise dargestellt und reduziert auf ihre allerwesentlichsten und wirksamsten Inhalte. Und das bedeutet, dass Sie dadurch einen ganz, ganz klaren Blick, unabhängig von den ganzen vielen Informationen, die unnötig wären, bekommen. Das heißt, diese Reduzierung des AstroPolarity oder AstroVetales Fernstudiums, die da vorgenommen wird, führt auch dazu, dass Sie ganz viele Dinge nicht lernen. Und das ist in ganz bewusster Absicht so gemacht, denn es gibt unendlich viele Informationen innerhalb der Astrologie, die man im Grunde genommen, und das kann ich nach über dreieinhalb Jahrzehnten astrologischer Erfahrung als Ausbilder und Berater sagen, die Sie schlicht und einfach nicht brauchen. Und insofern ist diese Reduzierung auf das Wesentliche ein ganz enormer Vorteil des AstroVetales bzw. AstroPolarity Fernstudiums, was Sie in dieser konsequent durchgeführten Weise in keinem anderen Fernstudium astrologischer Art vorfinden. Zweitens gibt es eine ganz klare Gliederung des Fernstudiums. Da werde ich nachher auch noch anhand eines entsprechenden Beispielgeburtsbildes das noch genauer erörtern. Das ist eine ganz klare Gliederung, und wenn Sie sich an diese Gliederung halten, dann kommen Sie sozusagen Stufe für Stufe höher in Ihrem Wissen und in der zu machenden Erfahrung und können ganz sicher sein, dass Sie da nicht plötzlich vom Weg abkommen und dann in irgendwelchen Nebenstraßen oder Sackgassen landen und sich plötzlich da anfangen, mit Dingen zu beschäftigen, innerhalb des astrologischen Zusammenhangs überhaupt gar keine große Bedeutung haben. Also die klare Gliederung ist auch ein enormer Vorteil der AstroPolarity bzw. AstroVetales Methode bzw. des entsprechenden Fernstudiums und hilft Ihnen während des Lernens den Überblick absolut zu behalten. Ich möchte Ihnen jetzt gerne mal ein Geburtsbild vorstellen und anhand des Geburtsbildes, das ist in dem Falle das Geburtsbild von Woody Allen, möchte ich Ihnen mal kurz den Aufbau des AstroVetales bzw. AstroPolarity Fernstudiums erläutern. Wir werden uns im ersten Ausbildungsabschnitt beschäftigen mit den sogenannten Zwölftierkreis-Prinzipien. Sie sehen hier ein Geburtsbild-Symbol und das, was Sie hier außen sehen, ich gehe mal mit dem Cursor hier mal rum, das sind die Symbole für die Tierkreis-Prinzipien. Hier zum Beispiel das erste Prinzip der Widder, dann der Stier, das geht immer gegen den Uhrzeigersinn, dann der Zwilling, der Krebs, der Löwe, die Jungfrau, die Waage, der Skorpion, der Schütze, der Steinbock, der Wassermann und die Fische. Und diese zwölf Lebensprinzipien, das sind nicht nur astrologische Prinzipien, sondern Sie werden dann sehen, das sind Lebensprinzipien, das können Sie sehen wie zwölf unendlich große Schubladen, die wir aber auch in einer reduzierten, auf das Wesentliche reduzierten Weise betrachten werden. Das ist der Einstieg in das AstroPolarity, bzw. AstroVetales Fernstudium. Wir werden uns also mit den Tierkreis-Prinzipien beschäftigen und analog dazu gibt es in einem Geburtsbild nicht nur diese Tierkreiszeichen, sondern es gibt auch, wie Sie hier sehen, das ist so wie so Tortenstückchen, könnte man sagen, es gibt so bestimmte Abschnitte. Auch da gibt es zwölf. Das sind hier so bestimmte Abschnitte, die durch diese Linien hier gekennzeichnet sind. Das ist der erste Abschnitt, der zweite, der dritte, der vierte und so weiter. Hier oben ist der zehnte, der elfte und der zwölfte Abschnitt. Diese Abschnitte werden Felder oder Häuser genannt und haben eine entsprechende Analogie zu den sogenannten Tierkreiszeichen, die wir ja hier kurz vorher besprochen haben. Es gibt also zwölf Tierkreiszeichen und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf sogenannte Felder. Zeichen und Felder werden in dem ersten Abschnitt des Fernstudiums genau besprochen und zusätzlich natürlich auch, ganz wichtig, die Planeten. Zum Beispiel hier die Sonne, der Mond, der Merkur, der Mars, die Venus, der Jupiter, der Saturn, der Uranus, der Neptun und der Pluto. Also aus diesen drei Merkmalen, nämlich den Tierkreisprinzipien, den entsprechenden Feldern und den Planeten. Aus diesen drei Merkmalen setzt sich jedes Geburtsbild zusammen und deshalb stellen auch diese drei Merkmals-Ebenen, Zeichen, Planeten und Felder, den Einstieg in das Astro-Vitalis-Astropolarity-Fernstudium dar. Danach werden wir uns beschäftigen mit den sogenannten Elementen. Es gibt vier Elemente innerhalb der Astrologie, Feuer, Luft, Erde und Wasser und da werden Sie unter anderem auch eine einmalige Elementenanalyse-Technik kennenlernen, die dazu verhilft, dass Sie prozentual bestimmen lernen, wie viele Anteile von dem jeweiligen Element Feuer, Luft, Erde oder Wasser in einem Geburtsbild vorhanden ist. Sie sehen hier die Elemente farblich, zum Beispiel bei den Tierkreiszeichen unterteilt. Das rote Element, hier wäre das der Schütze, bedeutet Feuer. Das grüne Element, hier ist das der Steinbock in dem Falle, bedeutet Erde. Das gelbe Element, hier im Falle des Wassermannes, bedeutet Luft. Und das blaue Element, hier im Falle des Zeichens Fische, bedeutet Wasser. Wenn wir uns mit den Elementen auch in einer tiefenpsychologischen Weise beschäftigt haben, da wird eine Ableitung gemacht auf die tiefenpsychologische Typologie von C.G. Jung. Wenn wir das in dem Fernstudium durchhaben, dann werden wir uns mit den Quadranten beschäftigen. Ein Geburtsbild, also dieser Kreis hier, ist unterteilt in vier Viertel. Und diese Unterteilung geschieht, indem es hier diese beiden schwarz gekennzeichneten Hauptlinien gibt. Diese beiden Linien teilen den Kreis in vier Viertel. Hier ist das erste Viertel zu sehen, beziehungsweise der sogenannte erste Quadrant. Hier ist das zweite Viertel zu sehen, das ist der zweite Quadrant. Das hier ist das dritte Viertel, der dritte Quadrant. Und dieses hier ist das vierte Viertel, der vierte Quadrant. Und diese vier Quadranten, eins, zwei, drei und vier, sind Lebensebenen. Im Sinne des körperlichen, erster Quadrant, des seelischen, das zweite Quadrant, des geistigen, des dritten Quadranten und des spirituellen, metaphysischen, des vierten Quadranten. Und diese vier Quadranten, beziehungsweise Lebensebenen, werden wir uns dann auch in dem Fernstudium nach den Elementen genauer anschauen. Danach, wenn wir das getan haben, werden wir uns mit den sogenannten Aspekten beschäftigen. Aspekte sind Winkelverbindungen zwischen Planeten. Zum Beispiel, hier jetzt mal grafisch gekennzeichnet, sehen Sie diese Linie hier. Und die beweist auf dem Planeten Mars. Und am anderen Ende, gegenüber, auf dem Planeten Pluto. Und diese gegenüberliegenden Planeten, die sind dann in einer sogenannten Opposition, das ist so ein Fachbegriff für einen der Aspektarten, die sind in einer Opposition miteinander verbunden. Und wir lernen dann, was diese entsprechenden Winkel genau bedeuten, auch wenn sie mit dem einen oder anderen Planeten dann in Zusammenhang stehen. Das ist dann also der dritte Abschnitt nach dem Tierkreis, die Elemente, die Quadranten und die Aspekte. Wenn wir das insgesamt durchhaben, dann beschäftigen wir uns mit den sogenannten Konstellationsbildern. Das heißt, mit der Kombination all dieser Einzelteile, die ich Ihnen eben aufgeführt habe. Denn Tierkreis oder auch Planeten oder auch die einzelnen Felderabschnitte, das sind alles einzelne Merkmale. Und diese einzelnen Merkmale müssen natürlich in einem Verbund gedeutet werden. Und das ist dann eigentlich auch das Salz in der Suppe der astrologischen, analytischen Arbeit. Deshalb werden wir diese sogenannten Konstellationsbilder, das heißt also die Verbindung von immer jeweils zwei Merkmalen, auch ganz, ganz ausführlich besprechen. Das würde jetzt hier in diesem kurzen Einführungsvideo viel zu weit führen, wenn ich da genauere Angaben mache, weil es auch sehr speziell und fachlich speziell ist. Aber gehen Sie mal davon aus, dass diese Konstellationsbilder so etwas symbolisieren wie Anlagestrukturen eines Menschen. Und zwar auf der vorgeburtlichen Ebene, auf der frühkindlichen Ebene und auf der erwachsenen Ebene. Und da jeweils in einer entwickelten oder auch unentwickelten Form. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher und großer Ausbildungsabschnitt, und wenn Sie den dann gemeistert haben, dann haben Sie, das kann ich Ihnen mit Sicherheit versprechen, auch ganz, ganz viel über Lebensstrukturen und über bestimmte Erfahrungsmodalitäten, haben Sie ein enormes Wissen sich angeeignet und sehen die Welt und die darin laufenden Menschen, inklusive ihrer eigenen Personen, mit Sicherheit mit ganz, ganz anderen Augen. Es ist ein sehr, sehr spannender Abschnitt innerhalb der Ausbildung. Und es lohnt sich auch nach der Ausbildung, diese Konstellationsbilder immer weiter sich anzuschauen und das Wissen und die Erfahrung darüber immer weiter zu vertiefen. Dann wird es einen dritten Abschnitt geben. Der zweite Abschnitt war, wie gesagt, die Konstellationsbilder. Und der dritte Abschnitt beschäftigt sich dann mit der sogenannten Deutungsmethodik. Das heißt, da lernen Sie, und das ist auch eine ganz, ganz große Besonnenheit des Astro Vitalis beziehungsweise Astro Polarity Fernstudiums, eine besondere Deutungsmethode kennen. Diese Methode, diese Astro Vitalis beziehungsweise Astro Polarity Deutungsmethode zeichnet sich aus durch absolute Einfachheit und gleichzeitig aber auch durch eine unglaublich hohe Effektivität. Das heißt, Sie werden mit einer entsprechenden Übung später in der Lage sein, fast jede Frage, die Ihnen gestellt wird, mithilfe dieser Deutungsmethodik sehr eindeutig beantworten zu können. Und zwar im Sinne, dass Sie identifizieren können, was der Fragesteller tatsächlich eigentlich meint. Zweitens, dass Sie identifizieren können, warum er solche Fragen überhaupt stellt, im Sinne von Ursachenforschung. Und drittens, können Sie ihm immer Lösungsvorschläge machen, weil die meisten Fragen, die gestellt werden, sind ja zu verstehen als ein Problem, was jemand hat, was er alleine ohne Ihre Hilfe nicht lösen kann. Also die Deutungsmethodik ist der erste Abschnitt innerhalb dieses dritten Ausbildungsabschnittes. Danach folgt dann die Prognostik. Und Prognostik bedeutet nichts weiter, als dass Sie lernen, die Zeitqualität, egal ob sie in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft liegt, mithilfe von zwei grundsätzlichen Methoden zu bestimmen. Das erste ist eine ganz klassische astrologische Prognosemethode, die Transite. Und das zweite, das lernen Sie also auch natürlich ganz ausführlich, das zweite ist die sogenannte Pyramidenrhythmik. Das ist eine ganz spezielle Astro-Polarity, Astro-Vitalis-Prognosemethode, die auch im Sinne von einer, für die, die ein bisschen mehr wissen, sage ich das mal, mit einer rhythmischen Achsverschiebung, eine ganz, ganz, das ist eine ganz spezielle Methode, mit der Sie äußerst genaue Aussagen über zeitliche Vorgänge oder bestimmte Ereignisse machen können. Diese beiden Methoden, Transite und rhythmische Achsverschiebung, beziehungsweise Pyramidenrhythmen, lernen Sie dann auch zum Ende der Ausbildung. Und ganz zum Schluss beschäftigen wir uns dann mit der speziellen astrologischen Medizin, wobei ich an der Stelle dazu sagen muss, dass das Astro-Vitalis, beziehungsweise das Astro-Polarity-Fernstudium von Anbeginn an sich ständig mit astromedizinischen Fakten auch auseinandersetzt. Dieser astromedizinische Ausbildungsteil im Fernstudium beschäftigt sich mit allgemeinen Erkrankungsursachen, mit Volkskrankheiten, mit Ursachenforschung, mit Heilmitteln wie der Homöopathie und den Bachblüten. Und Sie lernen da Symptome zu deuten im Sinne ihrer Ursachen und auch natürlich anhand des Geburtsbildes mithilfe der Deutungsmethodik, die Sie vorher schon gelernt haben, dann auch Lösungswege aufzuzeigen, wie jemand ein bestimmtes Krankheitssymptom auf Dauer tatsächlich loswerden kann. Nicht nur im Sinne, dass er zum Arzt geht und sich was weiß ich bei Gallenstein meinetwegen seine Gallen einfach rausoperieren lässt, sondern im Sinne einer wirklichen Heilung. Ich würde Ihnen gerne anhand von dem Geburtsbild von Woody Allen beispielsweise mal erklären, wie das aussehen könnte. Stellen Sie sich mal vor, der Woody Allen, jetzt fiktiv, würde zu Ihnen kommen, wenn Sie eine Astro-Polarity-Beraterin oder ein Astro-Polarity-Berater sind, und sagen, ja, ich habe so furchtbare Kopfschmerzen, was kann ich denn dagegen tun? Das ist jetzt natürlich scheinbar ein paar Bagatell-Symptomen, aber tun wir mal so, als wenn Woody Allen zu Ihnen kommen und sagen, ich habe furchtbare Kopfschmerzen, ich kann es nicht mehr aushalten, Tabletten helfen nicht mehr, was sagt mir denn die Astrologie, was sagen Sie mir dazu? Später werden Sie wissen, dass es eine ganz klassische Konstellation für Kopfschmerzen gibt, und zwar auch für starke Kopfschmerzen, im Unterschied zu Migräne, davon reden wir jetzt nicht, diese Konstellation nennt man dann Mars-Saturn. Und diese Mars-Saturn-Konstellation, die gibt es im Geburtsbild von Woody Allen sogar zweimal, und zwar auf folgende Art und Weisen. Saturn, das ist der hier. Dieser Saturn steht in diesem Abschnitt des Geburtsbildes, und das ist der erste Feldabschnitt, beziehungsweise das erste Haus des Geburtsbildes von Woody Allen, und dieses erste Haus entspricht dem Tierkreisprinzip Widder. Und zu dem Tierkreisprinzip Widder wiederum wird der Planet Mars gerechnet. Deshalb können wir sagen, dass ein Saturn, der in Feld 1 steht, einer Mars-Saturn-Konstellation entspricht, und damit der Konstellation, die neben unendlich vielen anderen Möglichkeiten, zum Beispiel auf der körperlichen Ebene, Kopfschmerzen symbolisiert. Also hätten sie mit dem Saturn in Feld 1 eine der beiden Konstellationen, sogar zwei gibt es hier im Geburtsbild von Woody Allen, fixiert, um überhaupt erst mal verstehen zu können, dass der Woody Allen tatsächlich Kopfschmerzen hat. Die zweite Konstellation bezieht sich auf dieses Merkmal hier, das ist der Planet Mars. Mars, sagte er, Mars-Saturn, ist die entsprechende Konstellation für Kopfschmerzen. Und dieser Mars hier steht im Tierkreiszeichen Steinbock. Zum Steinbock gehört der Planet Saturn, und deshalb ist also ein Mars im Zeichen Steinbock eine Konstellation Mars-Saturn. Und da haben wir sie wieder. Da haben wir also den Mars im Steinbock und den Saturn im Feld Nummer 1, haben wir zweimal die Konstellation Mars-Saturn, und können sehr gut verstehen, dass der gute Woody Allen möglicherweise starke Kopfschmerzen hat. Nehmen wir uns mal hier diesen Saturn in 1 als die sogenannte Fokus-Konstellation, bleiben wir mal nur bei einer. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie das denn kommen kann, dass der Woody Allen solche Kopfschmerzen hat, das ist also die Frage nach der Ursachenebene, und zwar in einem ganz tief gemeinten astrologischen Sinne, dann müssen wir eigentlich nur im Sinne unserer Deutungsmethodik fragen, der Saturn, zu welchem Tierkreiszeichen gehört der? Mhm, genau richtig, zum Zeichen Steinbock, das ist hier. Und dann schauen wir, welche Felderspitze oder Häuserspitze in dieses Zeichen Steinbock, was hier diesen Abschnitt markiert, fällt. Und dieses hier, was Sie hier sehen, das ist die Felderspitze Nummer 12. Keine Angst, das werden Sie später, wenn Sie in der Ausbildung sind, alles ganz schnell erkennen können. Die 12. Felderspitze entspricht dem 12. Tierkreisprinzip, nämlich den Fischen, und zu den Fischen gehört der Planet Neptun. Deshalb ist übersetzt in Konstellationsbilder der Saturn, äh Quatsch, Entschuldigung, der Steinbock, in Kombination mit der 12. Felderspitze eine Konstellation Saturn-Neptun. Lange Rede, kurzer Sinn, übersetzt bedeutet Saturn-Neptun, eine ganz, ganz tiefe Schuld. Ein tiefes und oft sogar irrationales Schuldgefühl im Sinne, dass diese Schuld in der Biografie des Menschen nicht begründet ist, aber dazu führt, dass man aufgrund der vermeintlichen Schuld, die man meint zu haben, büßen muss. Und das wäre jetzt eine Aussage, die wir aufgrund des Geburtsbildes von Woody Allen nehmen können, als eine Ursachenbeschreibung für seine Kopfschmerzen. Also zusammengefasst, Woody Allen hat Kopfschmerzen, hier, weil er, Ursache, ein irrationales Schuldgefühl hat und meint, mithilfe seiner Kopfschmerzen diese Schuld abtragen zu können. Da das natürlich bewusst gesehen und entwicklungspsychologisch verstanden absoluter Unsinn ist und überhaupt nicht dazu führt, dass die Schuld abzutragen ist, nur weil er Kopfschmerzen hat, müssen wir dem guten Woody Allen einen ganz existenziellen Hinweis darauf geben, was er eigentlich tun müsste, anstelle der ständigen Kopfschmerzen, um dieses Symptom, Kopfschmerzen, loszuwerten. Und das tun wir mithilfe unserer Astro-Polarity oder Astro-Vitalis-Deutungsmethode auf folgende Weise. Wir gucken, wo sitzen die Kopfschmerzen? Das ist dieser Bereich hier mit dem Saturn in dem Feld 1. Und da gehen wir an den Beginn des ersten Feldes und der liegt hier an dieser Stelle. Das ist der Beginn des Feldes Nummer 1. Und sehen, dass dieses erste Feld, dass diese Spitze des ersten Feldes in dieses Tierkreiszeichen ragt. Und das ist hier der Wassermann. Zum Wassermann gehört der Planet Uranus. Das erste Feld entspricht dem Widder und damit dem Planeten Mars. Und deshalb ist eine erste Felderspitze im Zeichen Wassermann übersetzt die Konstellation Mars-Uranus. Der Uranus in diesem Geburtsbild steht hier im Feld Nummer 3. Das dritte Feld entspricht dem Zwilling. Und dem Zwilling entspricht der Planeten Merkur. Deshalb ist der Uranus in diesem Feld Nummer 3 stehend. Und übersetzt ist das dann eine Merkur-Uranus-Konstellation. Das ist der Lösungsweg. Diese Konstellation Merkur-Uranus ist der Lösungsweg dafür, dass der Saturn in 1 steht, beziehungsweise der gute Rudi-Ellen vermeintlich Kopfschmerzen hat. Übersetzt würde das bedeuten, und ich sage nochmal, bitte haben Sie keine Angst, dass das jetzt hier so in Eiltempo für Sie vorwärts geht. Das werden Sie alles innerhalb des Fernstudiums nach kurzer Zeit selber sehr, sehr gut schon können. Dieser Uranus im dritten Feld, sprich die Merkur-Uranus-Konstellation, würde übersetzt zum Beispiel bedeuten, bewege dich rein körperlich mehr. Das ist eine von vielen Deutungsvorschlägen im Sinne eines Lösungsweges. Und wie gesagt, auch nur ein Vorschlag. Und das ist jetzt auch nur ein kleines Beispiel, was ich hier bringe. Also würden wir sehr vereinfacht, aber trotzdem punktgenau sagen können, lieber Rudi-Ellen, Deine Kopfschmerzen werden weniger werden, wenn du dich, und das ist ein ganz spezieller persönlicher Lösungsweg für Rudi-Ellen, wenn du dich lernst, körperlich mehr zu bewegen, und zwar unabhängig von dem entsprechenden Alter, was der entsprechende Mensch hat. Körperliche Bewegung, das wäre dieses Prinzip hier, Uranus im dritten Feld, würde Rudi-Ellen helfen, seine Kopfschmerzen, das ist hier der Saturnenfeld 1, die er aufgrund eines irrationalen Schuldgefühls meint, als Buße abgelten zu müssen, würden diese ständige Bewegung, würde ihm helfen, diese Kopfschmerzen auf Dauer tatsächlich loszuwerden. Und wir würden dann mithilfe von den Prognosemethoden, die ich vorhin auch erwähnt habe, nämlich den Transiten oder den Pyramidenrhythmen auch sagen können, wann damit zu rechnen ist, dass er diese Kopfschmerzen los wird, beziehungsweise wann es günstige Zeitpunkte für ihn gibt, sich zu bewegen, also den Lösungsweg zu gehen und so weiter und so weiter. So, an dieser Stelle möchte ich die kurze Besprechung des Geburtsbildes von Rudi-Ellen beenden und hoffe, dass Sie einen ersten kurzen Einblick in die Möglichkeiten gefunden haben, die Ihnen das Astro Vitalis bzw. Astro Polarity Fernstudiums bieten wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich von Ihnen höre und Sie als Fernschüler oder Fernschülerin begrüßen darf. Alles Gute für Sie mit herzlichen Grüßen, Ihr Peter Johannes Hänsel